Benito, Matti, wir haben ein paar Fragen an euch und ihr müsst abschätzen, wie die Antwort ist. Danach schreibt es einfach auf, zeigt es dann in die Kamera, dann sage ich euch die Antwort. Und derjenige, der näher dran ist, kriegt den Punkt. Frage Nummer 1. Wie alt ist unsere Mannschaft im Durchschnitt? Du musst auch die Komma setzen, oder? Oh mein Gott, das ist schwierig. Du hast die Komma, wenn du... Was hast du? Ja. Was hast du? Ich habe, ich habe. 37. Nein, nein, nein. Ich werde diesen. 24,7. Ja, ja. Weil du Rabi. Ja, das ist ja. 1-0. Du hast mich schon gefragt, ob du das hast. Ja, ich habe es gesagt. Ich habe es gesagt. Du sprachst in die Hand und ich habe dir gesehen, was die Fragen waren. Nächste Frage. Wie alt war der älteste Bundesligaspieler aller Zeiten bei seinem letzten Spiel? Äh, in aller Geschichte, ja? Oh nein, ich bin falsch. 43 Jahre. Mati! Wie viele Tage hast du das gemacht? Nein? Okay. War er der Torwart oder der Torwart? Kennst du das? Mittelfeld. Schalke, 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 Klaus Piekler. Ja? Ja. Ich habe sie gestern. Okay, 2-0. Easy. Nächste Frage. Wie weit sind eure Geburtsorte von den Kilometern entfernt? Oh. You understand? How many Kilometre between your workplace and mine? Correct, huh? Ah, yeah, yeah. Where is Serbia? Hey, where is Serbia? No, no. I mean, because I will have to see on the zone. Wo seid ihr denn geboren? In the hospital. Einfach nicht gut? No. Wait. Oh, my God. Okay, I have some. No. Okay. Ah, okay. So bad. That's not correct. Kilometres, yeah? Wait, wait, wait. I'm wrong. Give me one second. Take for the head, sorry. Der Punkt geht an Mati. 1.422. It's only 1.2. Yeah? Oh. Neighbors. Good at my gym, if they're 3.400. Yeah. Oh, very tall. Born in China. Genau. Okay. Nächste Frage. Wie viel Kilogramm Schokolade ist ein Belgier durchschnittlich in einem Jahr? Oh. Wie viele Kilogramm in einem Jahr? Eine Person, oder? Wir müssen das wissen. Ja, aber einige Leute lieben es, einige nicht. Das ist der Grund. In einem Jahr? Ich habe zwei Kilogramm für einen Tag. So du kannst dich selbst sehen, wie viele Tage in einem Jahr sind. Okay. Eine Person. Das ist toll. Das sind 5,5 Kilogramm. Was? Das ist nicht korrekt. 5 Kilogramm? In einem Jahr. Ich habe eine Kilo, eine Person, ein Tag. Ich weiß, das sind 300 Gramm. Und 3 große Schokolade. 5, das ist nicht. Diese Frage war nicht gut. Vielleicht noch 2,1 Kilogramm für Benito. Und dann gehen wir wieder. 3,1 Kilogramm. 2,1 Kilogramm. Das war sicher. Das war sicher. Wie viele Tassen Kaffee werden in Deutschland pro Tag getrunken? 1,2 Kilogramm. Wie viele Menschen leben in Deutschland? 8,2 Kilogramm. 2,2 Kilogramm. Danke. Danke. Und wir müssen sagen, wie viele, in einem Tag, wie viel sie trinken? Everywhere. Office. In all Deutschland. Ja, aber du gehst über. Oh mein Gott. So, wir müssen sagen, wie viele Cappen? Ja, ja. Puh, das ist... Okay, ich gehe für etwas. Ja. Wie viele Zeros haben wir? Oh, das ist wirklich... Oh. Oh, wie viele Zeros haben wir? Ich habe es bereits. Ja? Ja. Okay, ich gewinne. Für sicher. 280 Millionen. Mati, 50.000? Du hast 80 Millionen Menschen, wenn sie alle auch trinken. Wenn sie zu viel trinken, ja, das ist nicht gesund. 4-1, oder? Das Spiel ist fast fertig. Wie oft lacht ein Kind im Durchschnitt pro Tag? So, wir müssen sagen, wie oft? Lachen. Wie du das anstortieren? Das ist wirklich lachen. 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 Das ist doch gut. Du hast ein Baby. Ja. So kannst du es sehen. Du kannst es counten. Oh, nah! 400. 100. Oh, hey! Was ist das? 81? Nein, das ist nicht möglich. 400. Und wer countennt? Ja, das ist möglich. Okay. 4, 3. 2, 4, 2. Ja, ja. Ha, er ist... Weak. Wie viele Weihnachtsbäume werden in Deutschland pro Jahr verkauft? Real oder falsche? Oder alles zusammen? Nicht so viel. Per Jahr? Das ist sehr günstig. Okay. Ich habe etwas. Hey. 30 Millionen. Okay, ich gewinne. Was? Ich gewinne. Nein. Das sind 245 Millionen. Ja. Nein, nein. Ich habe Punkte. Also das sind... 255... 1,000. Okay. 245. 5,000 Millionen. Ich bin mehr. Dann habe ich mehr. Nein. Ich habe nicht Millionen. 50,000. 250,000. Ich habe 250,000. Aber ich bin näher. Ich bin näher. 30 Millionen. Und du hast 50.000, ich habe 250.000. Also habe ich 200.000 mehr. Ich habe 55 Millionen. Und das ist Millionen? Ja. Wo sind die Zeros? Ich wollte Millionen, ja. Ich versuche, ich wollte Millionen sagen. Ich versuche. 55 Millionen. Also ist das logisch? Ja. Das ist warum ich sage, ich bin näher. 55 Millionen wollte ich schreiben. Ich versuche. Okay, du kannst diesen Punkt. Ja, ja. 55 Millionen, ich sage. Du musst ihm etwas geben. Wie schnell können Elefanten rennen? Nicht wie du. Nein, schneller. Ich weiß, dass sie nicht rennen können. Das ist das Ding. Du wirst nicht wissen. Oh, verdammt. Hey, nein. Ich habe nur die Kilometer. Ja. Elefanten sind schnell. Aber vielleicht nicht so schnell, wie ihr denkt. 25 Millionen. Wie viele hast du? Nein! Ich habe ihn. Also wer ist näher? Nein, er ist näher. Ja. Also es ist 4-4. Was ist jetzt? Ja, ja. 25 Millionen. Ja, ja. 25 Millionen. Es ist gut. Ich kann von ihm weglaufen. Es ist nah. Es ist nah. Eine weitere Frage? Ja. 4-4. Vor wie vielen Jahren wurde das erste Instagram Bild hochgeladen? Wow! Ich weiß auch direkt die Date. Wirklich? Ja, ja. Ich weiß es sicher. In Jahren weiß ich auch die exacte Date. Nein, dann noch eine Frage. Ja, ich weiß es. Das erste ist, dass du auf Instagram postest. Es ist besser, dass ich einen anderen finden werde, weil ich es sicher gewinnen werde. Wirklich? Okay, komm mal. Nein, ich weiß es nicht. Nein, ich weiß es nicht. Nein, ich weiß es nicht. Wenn ich es gewinnen werde, dann weiß ich es nicht. Ich weiß es nicht. Wirklich? 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 Ja. Wirklich? Wie ist es? 12. Das sind neun Jahre. Ja. Das sind neun Jahre. Oh. Ja. Oh. 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 What do you look at? I know it for sure. For sure. Yes. Oh. Oh my god. So bad. You were good, Benito. Congrats. It was nice to play against you. Of course. It was nice to play against you. What? I have no idea if you do that.